moin leute zu einer neuen extremen horror mäßigen folge de calyster protocol weiter geht's in der letzten folge sind wir dort gelandet im gefängnis keine ahne wie das hieß ich spiel das spiel erst seit kurzem ja das ist nicht mehr das ist nicht mehr du bist da scheiß Ah, ich mach das doch schon die ganze Zeit. Ich vergesse die ganze Zeit, ich kann ja die ganze Zeit ausweichen. Jacob, hörst du mich? Ja, wie? Vermöglicht zwei Wegefunk mit deinem Chor. Wenn man so lange hier ist, schnapp mal da Patricks auf. Ah, du hast es zum Transportlift geschafft. Mach runter und such auf dieser Ebene den Aufzug. Ich weiß nicht mal, wie viele von diesen Viechern noch hier sind im Gefängnis. Der Gebärmutter ist und schnapp mal da. Mach mares! Der Gebärmutter ist ja so los. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. heilige noch schwerer als keine ahnung was weil ich nicht weiß wie man ausweicht eigentlich schon aber ich weiß nicht wie man das einsetzt er kommt nicht von gerade erst dieses spiel an direkt tot doch Was hier passiert, das ist ja brandneu. Kritischer Fehler, ne? Ganz mich mal am Arschlecken mit dem kritischen Fehler. Und wir stürzen runter. Mit dem Aufzug stimmt das nicht. Ich fahr runter, nicht drauf. Verdammt, das bringt dich zum Isolationstrakt. Er reicht den Ostern trotzdem. Dort nur etwas länger. Aber seid vorsichtig. Da unten verwahren sie dich völlig durchgeknallt. Oh, da hegt jemand. Okay, hängt es schon. Hallo? Ich glaub die Leiche wollte einfach nur hängen. The fuck? Wenn mal ehrlich, das Spiel ist sehr düster. Energie im Wandlauf. Geht... ... ... ... ... ... ... ... ... Willkommen zu beendet ich mal das Dead Space Remake raus. Jetzt sehe ich die Tür so, zieh sie rauf. Scheiße. Das ist tot. Ich traue den Schichten nicht. Es ist ja kein Wunder, wenn man auch immer an einem Horror Game landet. Mit vollgekackten Toiletten. Oh Scheiße, Alter! Einer meiner Kumpel! Ich kenne ihn schon seit Jahren! Er war so ein Ding! Hat mich angegriffen! Alles okay? Nein. Nein, aber ich muss ihn töten. Es töten. Was zur Hölle geht dir vor? Ja. Ich würde mich noch mal nach hinten gehen. Aber ich würde mich dort komplett umschauen. Das ist nichts. Alles klar! Das war's. Ich habe den Aufzug gefunden. Ich komme rauf. Gut. Vielleicht war der Umweg doch gut für uns. Gleich hinter der Krankenstation gibt es ein Waffenlager. Ein guter Ort, um sich auszurüsten. Du musst aber vorsichtig sein. Oh Gott! Nein! Hör auf! Nein! Wir sind nicht infizient! Tötungserlaubnis wurde erteilt. Was? Was der Helle? Nein! Bereich gesichert. Weiter zum Medizinbereich. Hm. Elias! Könnt ihr uns nicht tracken? Die Gefängnissysteme brechen zusammen, so wieder Aufzug für hinten. Bleib einfach außer Sichtweite. Dann kannst du dich vielleicht vorbeischleichen. Hm. Sicherheits-Einheit Black-Ion aktiv. Sie dürfen mich nicht sehen. Bericht, keine Aktivitäten gefunden. Bericht, keine Aktivitäten gefunden. Schön unten bleiben. Schön unten bleiben. antly kurus. Всем09.000.000.000.000.000.000 $23.less-D reduces-d epic. Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Du hast dich, du hastiges Mistvieh. Ich vertraue niemals zu drohen wie in Darksuits. Ah, das hast du mir schon gezeigt. Wir sind hier nur in einer Krankenstation mit einem Psycho-Vieh. Okay, ich nehme die Sicherung vorab. Ich wollte mich eigentlich umgucken, aber wenn er da so steht, bin ich mir nicht mehr sicher. Ich habe Bock, mich umzugucken. Wenn der da so steht, dann will ich mich nicht mehr umgucken. Jetzt! Mist, wie ist Geburt? Veränderung. Fürchten Sie sie nicht. Nur durch Veränderung können wir wachsen. Unser Bestes Selbstwerden. Veränderung kann schwer sein, doch sie ist notwendig. Jacob, es wird immer enger hier. Wo bist du? Bin durch die Krankenstation durch. Suche noch das Waffenlager. Okay, du bist bald da. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Hey! Ausgeräumt. Hier liegt nur noch ein Schocker rum. Elektron-Schocker. Da. Aber die Dinge haben es in sich. Und wir werden ihn brauchen. Hör zu. Du bist fast am Wachtturm. Ich musste mich durchschleiden. Aber jetzt ist da keiner. Sollte also kein Problem sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Alles klar. Bis dann. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ich arbeite sie用. Libere. Wenn jeder Sie 400 wird Diese Viecher sind ein bisschen brutaler als die in Outlaws. Vielleicht liegt hier irgendwas? Fast geschafft! Achtung! 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 Ich bin ein bisschen voller Blut. Verdammt, er darf mich nicht sehen. Er wird nicht eh sehen. Du! Wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Ich habe Zeit für diesen Scheiß! Okay. Okay. Habe ich das richtig verstanden? Ah. Du stürzt ja ab? Und dann geht dir alles in den Arsch? Oh! 521! Schau mich an, wenn ich mit dir rede! Was hast du getan? Sag's mir! Bist du anders? Bist du besonders? Warum wollte der Warden dich lebend? Warum wollte der Warden dich lebend? Warum wollte der Warden dich lebend? Oh! Ich bin tot. tot ist. Er war hier. Und diese Dinger haben ihn getötet. So gefährt hat ich dachte. Geh einfach weiter. Ich hab weiter vorne einen sicheren Raum gefunden. Ja, geil. Ich muss echt überlegen, dass ich mal was sehen muss. Das Spiel will, dass ich Nachwirkungen. Okay, Leute. Das war's mit dem Video Kalisto-Protokoll. Lasst ein Like, der abonniert mich. Um nichts mehr zu verpassen, aktiviert ihr auch die Glocke bitte. Und schreibt mal in die Kommentare, wie brutal ihr Kalisto-Protokoll findet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.